Make sure you're looking pretty, go for the camera Got your nails manicured in your hair, cut you Okay, der Thresh ist unranked, Ari Gold 1 Nessandra Gold 3, Cedrani Gold 3, Catelyn Gold 4 Oh, die Ari hat eine Stud nach drei Spielen von 12 für 4 Alter, die laufen schon so penetrant zusammen rum Ein bisschen defensiv und war Er ist einfach weg Schön, Marvin, du hast vor das Gebüsch gewartet Du kannst einfach mal deine Q's verletzt Du hast einfach vor das Gebüsch gewartet Da es eben im Gebüsch aussieht, aber es ist vor dem Gebüsch Sehr gut, Marvin Das ist sneaky, Junge Das ist ne sneaky, Junge So, ich bin nur jungler, kein Gangger Oh, hui ge Jaja, ich komme, wir pinzieren! Warte, bis die Minion-Wave ist! Junge, ich bin da! Let's kommen! Neuer Star! Ja, komm hier! Erstmal scheiß auf Crap hier! Oh, Raiko! Warst du gar nicht! Ii, exhaust! Raiko, oh, dann warst du gar nicht! Ich hab gleich Knock-Up! Macht irgendwas! Kann nicht! Ich bin exhausted! Oh, exhaustet die Michte! Oh! Egal! Pass auf! Railex! Hat sie sich an einen Tower geportet? Ey, da kommen ganz viele Leute! Geht da weg, geht da weg, geht da weg! Alter, es hat sich immer... Oh, shit! Da hab ich gar nicht zu fehlen! Neee! Okay, ich hab gehealt! Dankeschön, Ari! Ha! Loll, wir überleben! Die Ari hat mir grad voll in den Arsch gerettet! Ja! Die ist extra da hingegangen! Dann konnte... Dann konnte kleine Ridder dahin jumpen! Warte, wir sind einfach mal bitte! LOLL! Äh... Loll, wir sind ja... Oh! Äh... Arvin! Ja, der... ... wird mich ulten! Oh, lol! Mavi lebt nur! Oh, easy! Rette mich! Ah! Ey, die Minions haben mich voll geblokt, ey! Ey, die Minions haben mich voll geblokt, ey! Alter, guck mal, wie viel Schaden ich dem gemacht habe, weil ich dem Tower geholfen habe! Ey, die Minions! Jetzt gibt's Kante! Jetzt vorbei! Jaaaaah! Ey, ich hab bisher nur Übungs getroffen! Alter, das ist nicht dein Wahnsinn! Boah, wie sie mich ins und abfacken mit ihrem Seil da! Okay, komm, dann töten wir den! Also ich hab noch... Alter! Junge! Das kann... ...nicht... ...dein Ernst sein! Pfff! Jetzt Crip! Alter! Alter! Junge! Alter! Wieso weiß er, wo ich dir gehe? Weil er irgendwie ne bessere Nase hat als du! Was weiß ich, ey! Oh mein Gott! Alex! Alter! Jetzt reicht's mir! Soll was los mit der? Okay! Boah, ich hab 0-3, ey! Ja, was ey! Ari! Hallöchen! Geil! Warte, pass auf! Nice, Mann! Oh mein Gott! Boah, ohne Witz verpiss dich! Oh, sie überlebt natürlich, das ist doch klar! Oh mein Gott! Äh, der Tower ist draufgegangen, Marvin! Ja! Kann Marvin gehen da weg? Ja! Wieso ist der denn so schnell, der Otto? Oh mein Gott, der will! Was will der denn? Oh! Please! Oh! Ari kommt! Oh mein Gott! Nice! Woll ich! Doch nicht! Ich hab nix! Ich konnte nix machen, weil ich... Nein! Ich liebe dich! Hab ich grad nicht realisiert, ey! Ja, der Ding ist von der Seite! Lauf, 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 lauf! Ich kann sie gleich äh, Ding ist'n! Der sie ist gleich ges- Oh mein Gott! Oh! Oh! Läuft sie irgendwie... Alter! Kizzy! Nee! Hä? Nee! 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 Herz mach! Nee! 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 Na! Nee! Auch die 04 Maschine.